Diesmal wird's klappen. Diesmal muss es einfach klappen. Ich hab nämlich keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Was sollte das? Irgendwie will mich dieses Spiel total veralbern. Wow, Tails hat mal was richtig gemacht. Und wir haben noch einen Checkpoint. Ich will wieder runter, ich will wieder runter, ich will runter. Ich will zu meinen Ringen. Wenn das mal nicht Style hatte. Oder das, oder das, oder das. Ah, jetzt sind wir etwas weiter oben. Moment. Hier waren wir doch schon. Erstmal Rache üben an dieser Krabbe. Ich befürchte fast, das Spiel wird noch scheiße schwer. Und Tails hat tatsächlich noch einen Ring gerettet. Hm, ja. Ja. Problem. Großes Problem. Ja, natürlich. Die Sterne kommen wieder. Wie sollte es auch anders sein? Wow, ging's hier wirklich so weit runter? Ach, die Sterne kommen gar nicht wieder. Der wurde einfach nicht aktiviert. Huch. Ah. Haarscharf. Wirklich haarscharf. Oh mein Gott, ein Checkpoint. Und ein paar Ringe. Und ein Bosskampf, von dem ich nicht weiß. Oh nein. Äh, muss ich die auch besiegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Doch, muss ich. Und ich darf anscheinend die nicht berühren. Anscheinend muss ich die als Absprung nehmen. Nehmen wir lieber die Ringe mit. Ich sag ja, Tails stirbt sehr oft. Ah, hier sind auch noch Ringe. Taktik ist... Ist doch noch vorhin geklappt. Mein Ring, mein Ring, mein Ring, mein Ring. Mein Ring ist weg. Ich habe ihn getroffen und bin gleichzeitig gestorben. Wenn Tails einfach in der Luft rumfliegt und chillt. Und stirbt. Wie immer. Gut gemacht, Tails. Sehr gut gemacht. So, jetzt hat er noch einen, den wir natürlich erwischen. Wie soll das anders sein? Und er schießt mit Laserstrahlen auf uns. Und wir müssen von vorne anfangen, dieses Level. Ich fass es nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ist das ätzend? Ist das ätzend? Das ist alles so ätzend. Huch. Mhm. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Ach, hier auch noch. Okay. Den Weg kennen wir noch nicht, glaub ich. Ich hätt aber gern die Ringe gehabt von da unten. Die Tür geht nicht auf. Die lässt sich auch nicht kaputt machen. Gehen wir jetzt so hier lang. Hier waren wir schon mal. Das war, glaub ich, im ersten Versuch. Hier sind wir dann im zweiten Versuch weitergekommen. Und hier gab's so furchtbar viele Stapeln auf dem Boden. Mann, ist das ätzend, wenn man spielt und dabei erzählt und sich dann auch konzentrieren soll. Dann wird's ein bisschen unangenehm. Schild ist auch gut. Tales versaut's mal wieder. Tales versaut's mal wieder. Oh nein. Oh, hier ist ein Checkpoint. Und Münzen. Und wir dürfen nochmal gegen die Krabbe antreten. Da hab ich mir doch nichts ähnlicher gewünscht als das. Das war unfair. Das war knapp. Und ich hab so ein bisschen Gefühl, die Sterne stören sich nicht mehr an mir. Was macht der denn da? War der vorher auch schon da? So, wieder zum Bosskampf. Ich erlaube mir hier ein Selfgame zu machen, weil das ist echt heftig. So. Und geh nochmal kurz in die Pause.